Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Mein Name ist der Ed, liebe Piraten und Piratinnen, klabauter Männer, klabauter Frauen. Ihr habt nichts verpasst, wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei kein Governor mehr und wir starten jetzt mit der nächsten Mission. So, was haben wir denn? Wo sollen wir denn? Was machen wir denn? Eigentlich sollen wir doch, glaube ich, zurück nach Afrika. Habe ich so das Gefühl. Wo ist es denn? Wo ist denn unser nächstes Mission? Ach, herrje, da oben. Ach, herrje. Eieieiei. Okay, also erstmal zurück an Bord unseres Schiffes. Optimalerweise wäre es natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir nochmal ein paar Piraten ranholen könnten. Das machen wir auch. Weil wir brauchen mal ein bisschen mehr Besatzung. Oh, weg, 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 weg. Na. Und dann. Mann. Ey. Mann. Na toll. Jetzt haben wir keinen gerettet, oder was? Mein Gott. Das war auch schon mal besser. Verdammte Axt. Jetzt haben wir keinen gerettet. Ah, wie blöd. Der Gemischwarenladen. Hafenmeister. Wir gehen mal zum Gemischwarenladen. Füllen mal ein bisschen unsere Dings auf. Und dann gehen wir zurück zur Jackdor. Wir brauchen dringend Materialien. So, machen wir auf das Brett. Fracht verkaufen erst mal. Zucker. Rum. Okay. Jagdbeute kaufen. Da könnten wir ja auch mal was holen. Da war nämlich was. Um ein bisschen was zu holen. Ich meine, wir haben gerade ein bisschen genug Kohle. Auch gutes Deutsch, oder? Ein bisschen genug Kohle. So. Bull-Affen-Pelz. Da war doch auch irgendwas. Ocelot-Pelz. Ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Sachen. Hammer-Heik-Knochen. Dann können wir uns eventuell ein bisschen aufrüsten. Bullen-Heihaut. Das haben wir selber. Panther-Pelz. Ah, hier wird es schon langsam ein bisschen teurer, ne? Oh, Weißwahlhaut. Ui. Ähm. Können wir keine Munition hier kaufen? Arrivederci. Das ist aber doof jetzt. Ja, wir gucken mal. Kurz ins Menü. Was wir herstellen können. Ähm. Gesundheits-Upgrade. Da brauchen wir noch einen Hirsch-Pelz. Knochen des weißen Haies. Okay. Hammerhai. Rauchbombenbeutel. Eins. Ähm. Berserker. Schlafpfeil. Wurfpfeil. Katzenfell-Montur. Hai-Jäger-Montur. Ah, das sieht alles so... Ähm. Was braucht man dafür? Auch Knochen. Ich hätte nämlich gern ein Upgrade für die Gesundheit. Das wäre mal ganz wichtig. Dafür brauchen wir noch einen Knochen des großen weißen Haies. Gucken wir mal, ob der das hat. Ähm. Jakobbeute kaufen. Knochen des Hammer-Großen weißen Haies. Oh, das geht aber. Vom Preis her. Ähm. Da hatten wir dann auch noch ein... ...Hirsch-Pelz. So. Ah, hier ist Munition. Kugeln ist okay. Das ist okay. Bestätigen. Rauchbomben. Wurfpfeile. So. Jetzt sind wir wieder voll aufgepowert. Nochmal ins Menü. Momentan. Halt. Da hin wollte ich. So. Das will ich machen. Das müsste uns ordentlich Power geben. Ähm. Noch irgendwas konnten wir machen, ne? Ich bin nicht irre. Pistolenholster 3. Wir haben ja schon das 4er. Rauchbomben-Geutel. Äh. Geutel. Vor allen Dingen. Geutel. Oh, Mann. Heute habe ich es wieder. Äh. Berserker-Fell. Berserker-Fell 2. Nehmen wir doch mit. Warum nicht? Alles, was wir herstellen können. Nur zu. Heidiger-Montur können wir bauen. Will ich aber nicht. Okay. Jetzt muss ich wirklich alles einzeln machen. Äh. So. Jetzt sind wir aber wieder optimal ausgerüstet. Jetzt können wir wieder auf Reisen gehen. Auf geht's zur Jackdor. Ne. Ich will jetzt den Kurier nicht fangen. Ach. Ich wollte nicht nach Port Royale. Äh. Nein. Ich wollte zur Jackdor. Genau. Nach Kingston nochmal. Ich will zur Jackdor. Da will ich hin. Die Runde schwimmen. Gesundheit Upgrade 2. Das ist alles Sachen, die ich nicht mehr brauche. Denn ich habe ja schon. Auf Vierer getrimmt. Das kommt. Und alle hopp. Ja. Wir sind wieder da. Danke. Wir sind wieder da. Okay. Ähm. In den See stechen. Natürlich. Lass uns gucken. Das war glaube ich hier drüben. Da oben. Äh. Da können wir. Auch nicht irgendwie schnell hin. Können wir hier irgendwo. Ja doch. Great Inner Gur. Dann machen wir da die Schnellreise hin. Und von da aus segeln wir rüber. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber wir könnten vielleicht. Noch ein paar Leute mitnehmen. Ja. Wir sind es. Macht voll. Sehr schön. Auf geht's. Mannschaft voll. Bewaffnung voll. Endlich mal komplett ausgerüstet wieder. Nach langer Zeit. Dann los hoch. Genau. In den See stechen. Sorry für diese Hin und Her Hopserei. Aber es geht gar nicht anders. Äh. Wo bist du? Genau. Da wollen wir hin. 2500 Meter. Ich find's cool. Ich find's cool. Die Böe nehmen wir mit. Ich find's cool, dass sie jetzt mit an Bord ist. Find ich ne coole Sache. Ja. Eine ganze Menge hier los, ne? Da will ich hin. Jawohl. Wir könnten nochmal das Frachtgut schnell mitnehmen. Ein Metall. Bleibt mal wo es war in der Pelle. Ist ein bisschen viel hier. Viele Schoner. Nicht unruhig werden. Jawohl. Was ist denn das jetzt? Nee. Wir wollen dorthin. Gebt den guten Rat. Greif mich nicht an. Ansonsten werde ich böse. Ich will nur zu meinem nächsten Ziel. Macht keine Scheiße. Alles gut. Na, gleich sind wir da. Hoffe ich doch zumindest. Nicht, dass das irgendeine Falle ist oder sowas. Ah, wir segeln genau darauf zu. Kann auch noch nix irgendwie sehen. Wow. Wurde angegriffen. Auch interessant. Äh, toll. Äh, nee. Oh oh. Käpt'n, der hier bewegt sich noch. Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade sagten kein Wort. Oh oh. Oh oh. Äh, was ist jetzt los? Hallo? Was war denn das grad für ne komische Nummer? Das war ja auch grad irgendwie extrem stylisch. Das kann irgendwie auch grad nicht so ganz richtig gewesen sein, oder? Ah. Weiß gar nicht, wo wir hier sind. Naja, wir werden mal sehen. Ah, da ist wieder was. Da ist ne Wache. Zwei Wachen. Oh. Schlecht. Das gibt Ärger. Ähm, lass mal gucken. Äh. Wir könnten den Schlafen schicken. Sag gut bei. Okay. Okay, der ist hinne. Untertauchen. Vorsichtig. Vorsichtig. Komm, tötet euch mal selber. Ah, bangt euch mal alle gegenseitig um. Soll mir nur recht sein. Dann seid mir nämlich auf dem Weg zu meinem Ziel dann doch ein bisschen im Wege. Ist. Okay. Okay. the I'm shot. Ah, verdammt. Kommt schon. Okay, jetzt erstmal wieder schnell verschwinden. Oh. Wo soll der denn hocken? Der soll da oben hocken. Könnten natürlich auch die Schnellreise dorthin machen. Aber ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Deswegen probieren wir es mal so. Na, Schlaffeine. Wer lacht, wenn wir das nicht packen würden, oder? Okay, der kommt nicht hoch. So, hier haben wir uns nicht gesehen. Starke Stück. Ja, aber ich denke, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst Feedback in Form eines Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Und, ähm, ja. Comments natürlich auch gerne gesehen. Gar keine Frage. Ich sag danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018